Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Folge will Virtus Boots am 24. Spieltag der Serie D im Heimspiel gegen Villavalle, einem direkten Gegner im Abstiegskampf, wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Weißroten erwischen einen Traumstart. Fünfte Minute, Cicay schickt Elis Captina, der lässt die Gästeabwehr stehen und netzt mit diesem Diagonalschuss zum 1 zu 0 ein. Herrlich gemacht von Captina, sein Schuss passt genau. Besser hätte diese Partie nicht beginnen können. In der zehnten Minute die Antwort der Gäste. Gisalberti mit dem schönen Steilpass auf Marco Castelli. Der Komfortwirt der Schlossmann Enrico Mora zum Ball für Schiedsrichter Palmieri. Ein klarer Elfmeter. Diesen verwandelte, gefaulte Castelli höchstpersönlich das 1 zu 1. Mora, der heute den Vorzug gegenüber Peter Weiß bekommen hat, ist geschlagen. In der 31. Minute sorgt erneut Cicay am linken Flügel. Für viel Druck passt der Strafraum zu Elis Captina. Der trifft bei diesem spektakulären Fallrückzieher nur die Querlatte. Den Abpraller verwertet aber Matteo Timpone zum 2 zu 1. Und weil es so schön ist, gleicht noch einmal der Fallrückzieher von Captina herrlich gemacht. Und auch der Abschluss von Timpone ist nicht von schlechten Eltern. So bleibt es nach 45 Minuten bei der knappen Führung von Virtus. In Hälfte 2 setzt Villavalle voll auf Angriff, drückt die Hausherrn in die Defensive. Matteo Gisalberti gewinnt im Strafraum das Duell gegen Verteidiger Mengin. Mora kommt nur halbherzig aus seinem Kasten, kann die Flanke nicht kontrollieren. Nicolau Grotti bedankt sich und gleich zum 2 zu 2 aus. Gespielt sind 67 Minuten. Virtus gibt sich aber mit dem Unentschieden nicht zufrieden, will den Dreier holen. Noch 9 Minuten sind zu spielen, ein Wurf Mengin auf Neuerwerb Emil Grezzani. Der lässt zwei Gegner alt ausschauen, zieht ab, sein Schuss wird von vorne. Doch abgelenkt, unhaltbar für Gäste-Schlussmann Asnagi. Das 3 zu 2 für Virtus, der 17-jährige Grezzani, der erst diese Woche von der Beretti des FC Südtirol gekommen ist, schießt die Bozner in den Himmel. Virtus bleibt in der Tabelle auf Rang 15. Für den letzten Playoffplatz hat jetzt aber 27-10 auf dem Konto, 4 mehr als Willer Welle. Es ist sicherlich ein 6-Punkte-Spiel gewesen, weil so lassen wir sie noch mal ein bisschen weiter hinten. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir bei uns da zu Hause jetzt mal schauen, die Dreier hinzuholen. Nicht so wie gegen Sondria, das tut noch brutal weh, aber ich glaube, wenn wir mit dieser Mentalität auf dem Feld gehen, dann ziehen sich alle Mannschaften schwer da.